Wir haben in der Steiermark durch diese verschiedensten Lagen, Hangneigungen, Hangausrichtungen und Bodenzusammensetzungen auf einer kleinen Fläche eine sehr große Vielfalt. Wir bei uns am Weingut haben eine recht große Streuung der Weingärten. Das heißt, wir haben auf einer kleinen Fläche so viel Diversität an Grundmaterial, mit dem wir arbeiten können. Und so können wir aus den verschiedensten Einzellagen sehr charaktervolle Unikate machen. Untertitelung des ZDF, 2020